Das erste, was ich sehe, wenn ich dich angucke, ist diese verschissene Kameradegger. Kannst du mir nicht mal guten Morgen oder so? Daddy. Wieder bei Mova. Wieder was Lustiges passiert. Soll ich erzählen oder ist UK? Ich glaube, das ist UK. Erzähl, erzähl. Doch, Mann, das interessiert alle draußen. Also. Wir sind hier bei IHOP Nice Cop. Gehen einfach mal rein, ne? Nach dem Schmildcheck habe ich wirklich Diabetes hoch 3. Und hier ist sogar noch was zum Nachfüllen. Was ist das denn? So, wir sind an der Base halt. Oh mein Gott, ich brauche eine Kokosnuss. Solche schlechten Menschen, bruder. Extra so Proben da. Probieren die beide, sagen die einfach zu der Frau, is shit. It's not good. It's not good. Ich habe mir eine Kokosnuss geholt. It's not good, Mova. There's nothing in it. That bro got scammed. Down. That bro got scammed. Can you get another one? Another $12, Mova. Ich möchte mich schnell auspringen und sagen, meine Opa auch noch. Yo. I think. Mine is too. Oh. Digga, die ist auch leer. Komplett gescamt, Digga. Mit dir haltet ich es 100, weil du warst immer Ash. Ich habe 100,000 dafür back. Ich gehe gerade auf meine Insta-DMs. I'm in Miami. Corinna, komm. Also wenn ich dich so sehen würde, würde ich die geben. Oh, da hinten ist gerade zu mir gekommen, hat mich gefragt, ob ich hier arbeite. Boah, boah. Yo, 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 man. Da gehen doch meine Augen auf. Oh, ich kaufe mir das. Hello Kitty, Naruto. I live in, I live in Ireland, live in Ireland, Boston, and Missouri. And I'll fuck sell dicks. And I'll fuck sell dicks. Let's go, Miami. White heart heat. White heart heat. Fuck you, buddy. Digga, hat der keine Angst, dass er zusammengeschlagen wird oder so? Wie kann man denn solche Eier haben? Ich komme schon die ersten unsympathischen Boston-Fans. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass ich heute für Miami bin, oder? Ich habe jetzt ein kleines 200er Bett. Sydney hat 200 auf Boston und ich habe 200 auf umgedrehte Psychologie. Let's go heat. Guck mal, die Lachen. Bull. You found that body. Skala 1 ist, wie hyped bist du? 10. Ich bin sehr gespannt, was dein Club zu bieten hat. Mann, warum freue ich mich nicht mehr auf den Club als auch zu spielen? Digga, das kann nicht sein, dass er immer noch da ist. Hier sind wir wieder. Heat in four. Heat in four. By the way, Bilu Bilu kann heute nicht kommen, weil er wieder krank ist. Heat in four. Heat in four. Heat in four. Hier sind wir. Hat man sich auch mal Essen bestellt hier. Und jetzt geht's hoch zum Game. Und ich hoffe, dass es Miami macht. Ja, Mann. Heute ist schon mal ganz anders, ne? Direkt. 30 Grad. 4. 5. 5. 4. 5. 6. 6. 10. 9. 10. 11. 21 zu 21. Halbzeit. 64.62. So siehts ganz vorne aus. Und hier ist die Lounge. Wenn man ist so motiviert. Auf einmal hat der Heat aufgeholt. Ja. Jetzt kann sie den Typen gehen. Jetzt geht die. Okay, okay. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Hat sich das Ganze hier gewendet? Wer ist der denn? Steve. Da sehe ich Kalle in 20 Jahren. Wunderbruch. Jimmy Hitz ist die Mannschaft. MVP! Jimmy Butler! Also quatschig, wer bei Jimmy Butler MVP ist. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. 20 Punkte für Rollen. Eieieiei. Eieieiei. Uuuuh. Töne, mein Brun. Eieieiei. 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 Uuuuh. Am Ende der Jagd. Iuuuh. Uuuuh. Eieieieiie. Eieieieiei. Aus, Rico! Aus! Das sind meine 200 Attacken! Ich hab mir den angestoßen, so geht! Wir haben einfach keinen Doppelcup, keinen Triplecup, 40cup oder sowas. Kalle will diskutieren, dass er noch mal zum Basketball kommt. DUDE! Come on, DUDE! Es ist eine der saddesten Tage in meinem Leben! Sorry, I'm sorry! Es ist ihr Birthday! Aber ihr könnt ihr zurück in die Zeit! First of all, ich möchte ihr ein Happy Birthday! Happy Birthday to you! 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 Let's go to the con! You're just ruining it! You're just ruining it! Hey, I like sucking dicks, man! Holy shit, Tika! Hey, which way, that way? Das coolste war, das für Bier. Das Coolste war das für Bier, Verstlinear? M naval Spaß gehabt mit den Jungs! Ey, das war super, ehrlich, war super! War ein bisschen... Und war ein bisschen ... Can I get a higher? Higher? Can I get a higher? Higher? Can I get a see puppy? See puppy? Yes, sir! Lass ein Abo ohne Monda. Das war's mit dem letzten Vlog hier aus Miami. Es war eine Ehre für mich. Kalle, macht mal Lärm für Kalle. Kalle, MVP, MVP, MVP! MVP, MVP, MVP! Hey, turn me up. Turn me up, P. Make this socks up! Okay, reicht, Freunde, ja?